Schnelles Internet, immer und überall. Videostreamen, grosse Dateien verschicken und das alles von unterwegs. Und dazu noch völlig neue Anwendungen. Das alles soll durch den neuen Mobilfunkstandard 5G möglich sein. Automatisiertes Fahren z.B. wird eindeutig auf 5G setzen, einfach aufgrund der Eigenschaften von 5G. Aber gleichzeitig gibt es auch viel Kritik. Wie sicher ist 5G? Gibt es ein gesundheitliches Risiko und warum gibt es so heftige Proteste? Man geht davon aus, dass zwischen 5-10% der Bevölkerung effektiv elektrohypersensibel sind. Das ist der Durchblick, der Wissenspodcast vom Blick. Wir suchen Antworten auf die Fragen an die Wissenschaft, die euch unter den Nägeln brennen. Mit Serainath Danner und Jenny Riga. Und mit dem sagen wir willkommen zu der neuesten Folge vom Durchblick. Ja, jeder von uns hat heutzutage ein Smartphone. Und die meisten von uns brauchen das Internet nicht nur von zu Hause aus. Immer mehr Daten werden mobil übertragen. Der neue Mobilfunkstandard 5G soll das mobile Netzwerk noch leistungsfähiger machen. Und der Ausbau ist zum Teil auch sichtbar. Seit gut zwei Jahren sieht man immer mehr neue 5G-Antennen. 5G! Doch nicht alle sind so glücklich mit dem 5G-Ausbau. Zum Teil wurden 5G-Antennen sogar angezündet. Es gab auch Demos gegen den neuen Mobilfunkstandard. Wie zum Beispiel, wie wir hier hören, 2019 in Bärm. Ob 5G tatsächlich gefährlicher ist als 4G, das schauen wir nachher an. Zuerst wollen wir wissen, was ist eigentlich genau der Unterschied zum alten Standard. 5G löst über 4G drei grosse Probleme. Zuerst einmal geht es um den Verbindungsaufbau, der schneller und zuverlässiger sein will. Das ist Dirk Leuthold, Professor für elektromagnetische Felder an der ETH Zürich. Und er sagt, eine wichtige Neuerung liegt in der sogenannten Latenzzeit. Also das ist die Zeit, die so ein Datenpaket braucht, um vom Sender zum Empfänger zu gelangen. Und momentan dauert das noch bis zu 40 Millisekunden. Man möchte eine Verbindung aufbauen innerhalb von neiner Millisekunden. Und das ist der grosse Schritt, wenn Sie daran denken, wie lange es dauert, bis Sie heute eine Mobilkommunikationsverbindung haben. Das Zweite ist, es soll möglich werden, grosse Daten in kurzer Zeit übertragen zu können. Und das Dritte, was man lösen möchte, ist, man möchte Sensornetzwerke betreiben. Und zwar Sensornetzwerke, die mit Sensoren ausgehen können, die viel weniger Energie brauchen. Und wie löst 5G das Problem? Also einerseits sind Bauteile und Antennen empfindlicher, als sie für das früher waren. Das heisst, man kann mit weniger Energie mehr Daten übertragen. Es gibt aber auch viele Sachen, die sich nicht geändert haben. Also zum Beispiel die Art und Weise, wie Daten übertragen werden, ist eigentlich dieselbe. Was sich vielleicht geändert hat, ist, man erlaubt, in andere Frequenzbänder zu gehen, die man in 4G nicht hatte. Man hört ja auch manchmal, dass der Bund neue Frequenzen an Mobilfunkanbietern versteigert hat. Was heisst denn das genau? Das alte 4G hat im Wesentlichen auf 1 GHz bis etwa 2 GHz gesendet. Bei 5G kann man immer nur die Bänder nutzen. Aber wenn der Bund neue Frequenzbänder freigibt, wie es zum Beispiel jetzt bei 3 GHz gemacht worden ist, dann kann man die nutzen. In Zukunft könnte man sich sogar vorstellen, in noch höhere Frequenzbänder zu gehen. Dann kommen wir eventuell auch in den Bereich der sogenannten Millimeterwellen. Dabei gilt, je höher die Frequenz, desto geringer die Reichweite. Das heisst, man braucht mehr Sendemassen, um den gleichen Bereich abzudecken, wenn man diese höheren Frequenzen verwendet. Und darum müssen natürlich dann auch neue Antennen gebaut werden, oder? Genau. Und diese müssen dann auch näher bei den Menschen sein, also zum Beispiel auf den Hausdächern. Genau. Und grösstenteils liegt der Unterschied zwischen 4G und 5G, aber gar nicht in der Hardware, sondern in Softwareprotokollen. Die führen unter anderem dazu, dass eben Verbindungen stabiler sein können und dass auch weniger Energie benötigt wird. Jörg Leuthold erklärt das an einem Beispiel. Nehmen wir an, es ist Fahrrad, Fahrrad, irgendwo in der Schweiz. Und jetzt könnten gute, innovative Firmen kommen und sagen, ich würde jetzt einen Sensor bauen, den ich da auf das Veloc tue. Und wenn das Veloc dann stürzt, dann werden die Verkehrsteilnehmer rundherum gewarnt, dass da jemand am Boden liegt. Sodass niemand mehr, oder die Wahrscheinlichkeit, dass ein Auto innen fährt, viel kleiner wird. Jetzt in der Praxis können Sie das heute nicht mit einem normalen 4G-Sensor machen, weil bei einem 4G-Sensor, all paar Tage müssten Sie die Batterie neu aufladen. Das kennt man ja auch von seinem eigenen Smartphone, oder? Der Akku hält vielleicht einen Tag. Warum ist dann bei einem 4G-Sensor die Batterie so schnell leer? Weil bei 4G ein Handy oder eine Kommunikationsverbindung ständig muss kommunizieren mit der Antenne und sagen, da bin ich und übrigens erhalte man das Band frei. Und dann hat man gesagt, das ist ein Blödsinn, das braucht viel zu viel Energie. Also hat man gesagt, wir müssen das Protokoll anders machen, wir müssen die Software besser schreiben. Klingt jetzt eigentlich noch ziemlich logisch, finde ich. Also es gibt mehrere Änderungen eben an diesen Software-Protokollen, die zum Beispiel auch dazu führen, dass Verbindungen stabiler sind. Die zweite grosse Neuerung, da geht es jetzt tatsächlich um die Hardware, nämlich um die Antennen. Und zwar sind das die sogenannten adaptiven Antennen. Wenn Sie eine gute 5G-Antenne anschauen, dann ist die tatsächlich grösser. Vor allem breiter. Und das Ironische an der Sache ist, sie ist zwar grösser, aber sie wird weniger Energie aussenden. Sie wird wahrscheinlich etwa einen Faktor 10 oder noch weniger Energie aussenden, weil sie nämlich durch das, dass sie grösser ist, die Strahlung ganz gezielt an den Ort senden kann, wo sie gebraucht wird und nicht mehr die Sendung. Also der Jörg Leuth halt vergleicht das irgendwie auch ein bisschen mit einem Leuchtturm. Also halt so, der nicht in alle Richtungen strahlt, sondern immer nur so in eine Richtung. Und das heisst jetzt, auf diese adaptiven Antennen angewendet, dass es in der Theorie zumindest auch Orte geben wird, wo es dann nachher weniger Strahlungsbelastung gibt durch das. Also wir fassen kurz zusammen. Wegen neuartigen oder veränderten Softwareprotokoll soll der Verbindungsaufbau schneller gehen und die Verbindung dann auch stabiler sein. Und die adaptiven Antennen lenken die Strahlung dort hin, wo sie eben dann auch gebraucht wird. Was verändert sich dann für mich als Nutzerin, abgesehen von schnelleren Datenübertragung? Das ist eine ganz einfache Frage. Das ist der Lukas Federer, Projektleiter beim Dachverband der Schweizer Wirtschaft, Economy Suisse und dort ist er verantwortlich für Infrastrukturpolitik. Ich glaube aber, es ist wichtig zu verstehen, dass 5G in erster Linie eine Innovationsplattform ist und ein Nahrboden ist für die Zukunft. Also, dass man eigentlich zum ersten Mal die Infrastruktur im US verfügbar hat, um überhaupt Geschäftsmodelle und Produkte zu entwickeln, die darauf funktionieren. Er verweist da auf die Geschichte des Mobilfunks. In den 90er Jahren, wenn man sich daran zurückerinnert, da waren ja die Anwendungsmöglichkeiten eher noch ein bisschen beschränkt. Ja, also wenn ich an mein erstes Handy zurückdenke, dann konnte man halt einfach telefonieren und SMS schreiben. Und eben, ich meine, das mobile Internet, das hat dann noch ein Ding gedauert, bis man das hätte brauchen können, oder? Ja, genau. Und Lukas Federer meint, die Weiterentwicklungen in Sachen Mobilfunk haben eigentlich dann erst zur Entwicklung von weiteren Technologien und Geschäftsmodellen geführt. Bei 3G zum Beispiel, iPhone, ist die Konsequenz eigentlich gewesen, dass man ganz neue Geschäftsfelder dann plötzlich gehabt hat. Ich glaube auch, zum Beispiel, dass sich bei der Einführung von 3G niemals ausgesehen ist, dass Firmen wie Uber oder Airbnb könnten entstehen. Und entsprechend ist das zum heutigen Zeitpunkt eigentlich gar nicht möglich, abschliessend zu sagen, was alles könnte entstehen. Natürlich gibt es aber auch konkrete Anwendungsmöglichkeiten, die man sich vorstellen kann. Zum Beispiel Sensoren mit niedrigem Energieverbrauch, so wie Jörg Leuthold sie erwähnt hat auf dem Velo, oder? Was in Verbindung mit 5G auch häufig genannt wird, sind selbstfahrende Autos. Automatisiertes Fahren zum Beispiel wird eindeutig auf 5G setzen, einfach aufgrund der Eigenschaften von 5G, also von dieser schnellen Datenübertragung und der Bindungssicherheit. Also laut Lukas Federer verspricht sich die Wirtschaft sehr viel von 5G. Zum Beispiel auch in der Industrieproduktion könnten dadurch Prozesse besser vernetzt werden. Und es ist aber auch für die Nutzer einfach eine Kapazitätsfrage. Also gemäß Bundesamt für Statistik haben in der Schweiz im Jahr 2021 fast alle Menschen täglich das Internet benutzt. Genau gesagt waren es 96 Prozent, also wirklich fast jeder. Und etwa die Hälfte dieser Zugriffe auf Webseiten passiert eben über mobile Geräte. Und laut Prognosen wird diese Zahl noch steigen. Das ist auch ein Trend, den man überall auf der Welt sieht. Es gibt weltweit etwa 9 Milliarden Mobilfunk-Abos. Und es geht davon aus, dass bis 2027 etwa die Hälfte von diesen 5G-Abos werden. Das bedeutet ja aber auch immer mehr 5G-Antennen. Und wie wir wissen und vorher auch schon gehört haben, es sind nicht alle glücklich damit. Antennen werden angezündet. Das hat Proteste gegeben, wie das in Bern im Jahr 2019. Viele machen sich Sorgen, dass die Strahlung oder eben die neuen Antennen gesundheitsschädlicher sein können als die alten 4G-Antennen. Was sind genau die Bedenken von diesen Leuten, Jenny? Ja, um das besser nachvollziehen zu können, bin ich nach Wahlen gefahren. Das ist ein Dorf in Basel-Landschaft. Es ist da gerade Anfang April. Nach ein paar schönen Tagen hat es wieder angefangen zu schneien. Und in Wahlen geht es um diesen Kirchturm, den wir da gerade läuten hören. Zur Vorgeschichte. Im Jahr 2018 hat die Swisscom beim Kirchenrat gefragt, ob sie den Kirchenturm für eine Mobilfunk-Antenne mieten kann. Und nachher ist das Ganze so ein bisschen ins Laufen gekommen. Bewohnerinnen und Bewohner von Wahlen haben sich da zusammengetan, weil sie eben Bedenken wegen dieser geplanten 5G-Antenne haben. Darunter Florian Jaton, den wir hier gerade gehört haben. Der ist gelernter Elektriker und Informatiker. Es ist für uns eigentlich zu wenige aktiv informiert worden. Und das ist der Grund, warum wir dort auch aus eigenem Bedürfnis nach Aufklärung eigentlich in die Presse gesprungen sind. Und durch das auch uns mit dem Thema auseinandersetzen. Was heisst das, wenn man eine Mobilfunk-Antenne mitten in ein Dorf einnimmt, obwohl das Dorf schon eine Vollversorgung hat? Deswegen haben sie das Gremium strahlungsfreier Kirchturm gegründet und einen Mobilfunk-Lehrpfad aufgebaut. Der beginnt im Dorf Wahlen und führt um ein paar angrenzende Felder herum und besteht aus zehn Lehrtafeln. Wir sind diesen Spaziergang mal abgelaufen und es waren noch zwei weitere Dorfbewohner dabei. Freddy Hähner. Ich bin jetzt direkt betroffen von der Antenne im Kirchenturm. Wir wohnen gerade unten dran. Und mein Radpropst. Also ich bin zugezogen auf Wahlen. Ich bin jetzt 30 Jahre in Wahlen. Florian Jaton sagt, mit dem Mobilfunk-Lehrpfad wollen sie über verschiedene Themen informieren, die mit elektromagnetischer Strahlung und Mobilfunk zu tun haben. Dass die Vorteile, die eine Mobilfunkversorgung bringt, dass die genug vermarktet wird, das zeigen Mobilfunkunternehmer sehr gut. Und ich glaube, dort ist es wichtig, oder das ist auch ein Beitrag, den wir probieren zu leisten mit dem Mobilfunk-Lehrpfad, dass man dort ein bisschen das Gegengewicht findet. Auf diesen Tafeln sind verschiedene Themen abgedeckt. Es geht da um die mögliche Auswirkung von elektromagnetischer Strahlung auf die Gesundheit, auf Tieren und Pflanzen und auch zum Teil um ethische Fragen. Also ob es zum Beispiel überhaupt okay ist, eine 5G-Antenne in einen Kirchdamm zu bauen. Hier erklärt Florian Jaton gerade den Inhalt einer dieser Tafeln. Es geht um Elektrohypersensibilität. Man geht davon aus, dass zwischen 5 bis 10 Prozent der Bevölkerung effektiv elektrohypersensibel sind. Und da gibt es sehr viele spannende Studien, die die EHS, also die Elektrohypersensibilität, erforschen. Elektrohypersensibilität heisst was genau? Also es ist zwar keine genau definierte Diagnose, aber es gibt Menschen, eben etwa 5 Prozent der Bevölkerung, die sagen, dass sie Mobilfunkstrahlung spüren können und dass es sie irgendwie negativ beeinflusst. Ich habe bei Bernhard Auf der Ecken nachgefragt. Er ist Präsident des Vereins Ärztinnen und Ärzte für Umweltschutz, kurz EFU. Das ist so ein Verband von Medizinerinnen und Medizinern, die sich mit Umwelteinflüssen auf die Gesundheit befassen. Und die sind generell 5G gegenüber sehr kritisch eingestellt. Nur einen relativ kleinen Prozentsatz von diesen Leuten hat tatsächlich massive Beschwerden. Beschwerden, die häufig auftreten, sind Kopfschmerzen, einfach so das allgemeinste Unwohlsein. Es können Beschwerden an der Haut sein, eigenartige Sensationen. Nachher Schlafstärungen treten da auf. Ohregeräusche werden zum Teil auch geschildert. Also das Spektrum der Beschwerden ist relativ breit. Die Studienlage zu Elektrohypersensibilität ist, soweit ich sehen konnte, allerdings nicht sehr eindeutig. Man hat zum Beispiel versucht, Menschen, die sich als elektrohypersensibel bezeichnen, schwacher elektromagnetischer Strahlung auszusetzen, um eben zu schauen, ob sie tatsächlich wissen, jetzt gerade werde ich bestrahlt oder nicht. Und da gab es so eine Metastudie von 2005, die hat die Ergebnisse von 31 Experimenten verglichen und nur sieben von denen haben Hinweise darauf gefunden, dass Menschen tatsächlich elektrohypersensibel sind. Ein paar von denen konnten nicht danach noch mal repliziert werden. Also es ist irgendwie wie so ein bisschen schwammig, die Sachlage da. Und es gibt dann halt irgendwie auch noch verschiedene Erklärungen dafür, dass eben diese Syndrome auftreten. Also zum Beispiel gibt es den sogenannten Nocebo-Effekt. Das ist wie so ein bisschen Placebo, aber so, dass es dir schadet. Also es kann halt irgendwie durchaus sein, du siehst eine Antenne und denkst so, jetzt, wo ich drüber nachdenke, habe ich eigentlich schon recht Kopfschmerzen. Was jetzt nicht heisst, dass diese Beschwerden dieser Menschen nicht real sind, aber es ist halt ein bisschen schwer zu sagen, woher kommt das genau. Bernhard Aufdecken sagt, das ist eher so die Perspektive von EFU, dass etwa bei der Hälfte von internationalen Studien zu diesem Thema die Beschwerden sich plausibel auf elektromagnetische Felder zurückführen. Also auch da unterschiedliche Meinungen. Aber gibt es dann gesundheitliche Auswirkungen, die besser beleidigt sind? Auf diese Frage findet man sehr viele verschiedene Antworten, je nachdem, wer man fragt. Vielleicht brauchen wir da auch erstmal so einen kleinen Crashkurs dazu, was Mobilfunkstrahlung eigentlich genau ist. Oder das ist nämlich recht kompliziert. Das kam vielleicht auch am Anfang schon so ein bisschen durch. Man spricht dabei von hochfrequenten elektromagnetischen Feldern und die sind Teil des elektrischen Spektrums. Also dazu gehört eigentlich alles, was so Wellen ist. UV-Strahlung, sichtbares Licht, Infrarotstrahlung, Mikrowellen und Radiowellen gehören dazu, aber auch ionisierende Strahlung, das heisst Röntgenstrahlung und radioaktive Strahlung. Aber hochfrequente elektromagnetische Wellen sind nicht ionisierend. Also da muss man, glaube ich, auch ein bisschen differenzieren. Und alles in allem, je höher die Frequenz dieser Wellen, desto weniger tief dringen sie in den Körper ein. Also bei Sonnenlicht ist es zum Beispiel so, dass es ja grösstenteils an der Hautoberfläche absorbiert wird. Das heisst aber auch, die neuen höheren Frequenzen von 3 GHz dringen dann also weniger tief ein als die alten, eben tieferen Frequenzen, oder? Was ist denn bekannt darüber, was diese Strahlung mit dem Körper macht? Also was man ganz sicher weiss, ist, dass sich das Gewebe erwärmt. Das merkt man ja zum Beispiel auch, wenn man das Handy am Ohr hat, oder? Dann wird es ja warm, wenn man länger telefoniert. Genau. Und schädlich wird das natürlich dann, wenn es zu warm wird. Deswegen gibt es auch vorgeschriebene Grenzwerte für Funkwellen. Festgelegt sind die in der Verordnung zum Schutz vor nicht-ionisierender Strahlung, kurz NISS-Verordnung. Ich habe mit Martin Rösli darüber gesprochen. Der ist Professor für Umweltepidemiologie am Swiss-TPH oder TPH, dem Schweizer Tropen- und Public Health-Institut. Grenzwerte sind so festgelegt, dass man sagt, die Körperkerntemperatur darf sich nicht mehr als 1 Grad erhöhen. Das wäre so die Schwelle. Und dann haben wir einen Sicherheitsfaktor von 50 und 50 mal tiefer ist der Grenzwert. Das heisst, wenn man jetzt im Grenzwert exponiert ist, könnte sich die Körperkerntemperatur theoretisch um 0,02 Grad erwärmen. Aber das wird natürlich dann kompensiert, damit sich der Blutflusslicht ändert. Das passiert dann natürlich nicht. Gibt es da noch andere gesundheitliche Auswirkungen von Mobilfunkstrahlungen? Es gibt verschiedene. Im Jahr 2011 hat die Internationale Agentur für Krebsforschung hochfrequente elektromagnetische Felder in der Klasse 2b eingestuft. Das heisst, potenziell krebserregend. Aber dazu muss man sagen, das klingt jetzt schlimm, oder? Aber man muss sagen, in der gleichen Klasse sind auch solche Sachen wie sauer eingelegtes Gemüse. Also es hat noch nichts mit der Wahrscheinlichkeit zu tun, dass man durch die Strahlung, die man so im Alltag ausgesetzt ist, tatsächlich auch Krebs bekommt. Das wird häufig falsch verstanden. Also möglicherweise karzinogen heisst nur, dass bei irgendeiner Art von Exposition, also es wird nicht geschaut, wie stark es die Exposition als theoretisch herausfinden könnte, dass das so ist. Also es gibt zum Beispiel Studien bei Ratten, wo man sieht, dass ein relativ seltener Tumor im Herz, ein sogenanntes Herzspanoma, häufiger auftreten ist, wenn die Ratten sehr stark bestrahlt waren. Also die Ratten sind 75 Mal stärker bestrahlt gewesen, was der Grenzwert ist. Also die Einschätzung für ein Jahr gesagt, noch nichts wirklich über, was ist das Risiko im Alltag jetzt an einem Mobilfunk nutzer. Der Martin Rösli spricht von einer Studie bei Ratten. Gibt es dann auch solche Studien, wo schon an manchen durchgeführt wurden? Ja, also es gibt Studien, die das Hirntumorrisiko angeschaut haben. Dabei gibt es aber auch noch so ein paar methodische Schwierigkeiten. Das Hirntumor ist natürlich eine seltene Erkrankung. Und damit man das gleich einigermassen effizient kann untersuchen, macht man eine sogenannte Fallkontrollstudie. Das heisst, man sucht Fälle, die Hirntumor haben, also Patienten, die erkrankt sind, und fragt, wie viele sie telefoniert haben. Und das Gleiche macht man mit Vergleichspersonen, die gleich alt sind, das gleiche Geschlecht hat, die man zufällig aus der Bevölkerung auswählt. Wenn es so wäre, dass die Patienten das Telefon deutlich mehr benutzt hätten, dann wäre das ein Indiz, dass es schädlich ist und dass das die Ursache könnte sein. Es ist ein tiefes Problem, wer schon genau sagen kann, wie viel man telefoniert hat in seinem Leben. Das ist definitiv nicht einfach, die Frage zu beantworten. Aber so wie er das erzählt, Jenny, klingt es ja irgendwie so, als wäre jetzt das Mobilfunknetz nicht wirklich ein grosses Risiko für Hirntumor. Wie kann man das zusammenfassen? Ja, das ist auf jeden Fall seine Schlussfolgerung und mit der Sichtweise stimmen auch viele Forscherinnen und Forscher überein. Noch ein Indiz ist ja auch, es gibt ja jetzt Mobilfunkstrahlung seit ein paar Jahrzehnten und in dieser Zeit kann man jetzt keinen weltweiten Anstieg von Hirntumorwahrscheinlichkeit verzeichnen. Das spricht halt irgendwie auch ein bisschen dafür, dass, wenn es ein Risiko ist, dann ein kleines. Die Wissenschaft kann nie sagen, es ist absolut unmöglich, dass nicht irgendeine Person wegen dem Hirntumor rüberkommt. Aber im Durchschnitt für die Bevölkerung gibt es sicher viele andere Risikofaktoren, die sehr bedeutender sind, als ein hypothetisches Risiko von Mobilfunk. Also wie gesagt, es gibt auch noch andere Auswirkungen von Mobilfunk, die in verschiedenen Studien gezeigt wurden. Zum Beispiel, dass sich die Hirnströme verändern können und auch Studien an Zellkulturen haben gezeigt, dass diese hochfrequenten elektromagnetischen Felder oxidativen Zellstress auslösen können. Aber auch das muss man halt immer wieder in den Kontext setzen, oder? Also ich meine, Hirnströme ändern sich auch, wenn du Sport gemacht hast oder wenn du ein bisschen was Schweres gegessen hast. Und dieser oxidative Zellstress, das ist auch ein ganz normaler Teil der Immunantwort. Das heisst also, nur weil sich irgendwas verändert, irgendwas im Körper tut, dann heisst das noch lange nicht, dass es auch schädlich ist. Aber was kann man dann, also wenn man jetzt trotzdem das Gefühl hat, es tut einem nicht gut, oder? Also wir haben jetzt vorhin von dieser Elektro-Hypersensibilität gehört. Wenn sich jetzt jemand dem zugehörig fühlt, was kann man dann machen, damit man nicht zu viel Strahlung ausgesetzt wird? Also die gute Nachricht ist, du hast da recht viel Kontrolle drüber. Laut Martin Rösli kommt nämlich der grösste Teil der Strahlung, den du in deinem Leben so abbekommst, von deinem eigenen Handy. Einfach weil es eben ganz nah an dir dran ist und auch nah am Kopf, in der Hosentasche und so weiter. Das heisst, wenn du deine Nutzung modifizierst, dann kannst du die Strahlung schon auch ein bisschen reduzieren. Also zum Beispiel das Handy ausschalten, wenn du es nicht brauchst oder mit Kopfhörern, mit Kabeln telefonieren, statt eben das Handy am Ohr zu halten, bei Nichtgebrauch oder nachts vielleicht auch, dass das Handy nicht im Schlafzimmer haben oder so. Und es macht auch einen sehr grossen Unterschied, wie stark der Empfang ist. Das Handy hat eigentlich eine extrem starke Leistungsregelung. Das heisst, es strahlt nur so stark, wie es gerade muss, damit es die nächste Antenne erreichen kann. Und das kann wie einen Faktor Millionen ausmachen, je nach Art von der Technologie, ob es 3G, 4G oder 5G ist und wie man es nutzt, ob man jetzt Daten nutzt oder Video schaut oder telefoniert. Und das hat zur Folge, dass wenn man sehr schlechten Empfang hat, dass es sehr stark strahlen kann. Also man kann im Extremfall eine Minute lang ein Telefon brauchen bei sehr schlechtem Empfang und kumulativ die gleiche Strahlungsmenge haben, wie wenn man ein ganzes Jahr lang würde bei optimalem Empfang das Handy brauchen. Handys strahlen also am wenigsten wenn die Empfang gut ist und höhere Frequenzen dringen weniger tief ins Gewebe ein. Also wenn man jetzt rein nach diesen Kriterien gehen würde, sollte man ja meinen, 5G ist weniger schädlich als 4G. Trotzdem haben Florian Chaton und die anderen Bewohnerinnen und Bewohner von Wahlen eben den Mobilfunklehrpfad gebaut, weil sie 5G ja nicht so toll finden. Warum sind sie denn so skeptisch, Jenny? Also ich denke, einerseits haben sie kein sehr großes Vertrauen in die Mobilfunkanbieter, sie sind auch unzufrieden damit, wie das kommuniziert wurde mit ihnen, oder? Diese Pläne mit der neuen Antenne und ganz Unrecht haben sie da vielleicht nicht. Also es gab auch schon Berichte, dass 5G-Antennen die Strahlungsgrenzwerte manchmal überschreiten und dazu kommen sicherlich auch noch so persönliche Beobachtungen, wie Fredi Henner ihr erzählt. Da wohnt eine Imkerin, die macht bei uns auch mit und die sagt, wenn sie die Imkstange reingeht und das Nadel mitnimmt, spielen die ein bisschen verrückt. Dann sind sie ganz nervös und wenn sie das Nadel draussen lassen, ist das nicht, kann ich nicht sagen, es macht nichts. Also es ist Beobachtungen halt einfach von Menschen, decken sich mit Ergebnissen von wissenschaftlichen Studien. Eben, irgendetwas muss es doch sein. Aber wir sagen nicht, es ist nichts oder es ist etwas. Jeder soll sich Gedanken selber machen. Ja. Wir sind in Wahl einfach die, die gegen Antennen sind. Das stimmt nicht. Mich stört es einfach mir persönlich, als dass das Schulhaus bestrahlt wird. Wir haben ein altes Schulhaus, wir haben eine neue Schulhaus, wir haben einen Spielplatz und wir haben einen Kindergarten, der 70 Meter weg ist. Das wird alles voll bestrahlt. Das finde ich einfach ein bisschen ungeschickt. Was ich mich frage in diesem Zusammenhang? Auf diesen Tafeln werden ja auch viele Studien zitiert. Und wir wissen ja, die Wissenschaft ist ein Prozess, der sicher keine endgültige Wahrheiten liefert. Aber es scheint mir schon sehr im Gegensatz zu dem zu stehen, was Martin Rösli gesagt hat, was wir jetzt da hören. Wie kommt das? Ja, das finde ich auch einen ganz spannenden Punkt. Ich habe da auch mit Jörg Leuthold darüber gesprochen, von der ETH. Und der hat mir von einer Metastudie erzählt, die 2014 gemacht wurde, von so einem österreichischen Professor. Und darin sind die Ergebnisse von verschiedenen epidemiologischen Studien zusammengefasst, die das Risiko von Hirntumoren in Zusammenhang mit Mobilfunknutzung untersucht haben, und zwar zwischen 2001 und 2014. Er hat zuerst einmal festgestellt, wenn er Studien anschaut, dann hat es ein breites Spektrum. Da gibt es die, die finden dramatische Sachen, die mit elektromagnetischer Strahlung passieren. Da gibt es einen Zusammenhang zu Krebs. Dann hat er aber auch die gefunden, die sagen, nein, im Gegenteil, das hat positive Auswirkungen, die Behandlung mit elektromagnetischer Strahlung hilft gegen Hirntumor. Das ist sehr widersprüchlich. Wie kann das sein? Die Wahrheit liegt wahrscheinlich irgendwo in der Mitte. Sehr interessanterweise, die Mehrheit der Menschen findet da eigentlich nichts. Aber es sind immer die gleichen, die immer einen Haufen finden, sei es Probe, sei es Contra. Dann hat er aber noch etwas angeschaut, dann hat er gesehen, es gibt über die Jahre hinweg eine Tendenz. Studien kommen von ganz wenigen Probanden zu immer grösseren Studien und immer mehr Probanden in Betracht zogen. Und wenn er so von 10 auf 100 auf 1000 geht, selbst die, die ganz dafür oder ganz dagegen sind, die kommen alle zum Schluss und finden letztlich nichts mehr. Also in den grossen Studien verschwindet die grossen Effekte von Schädlichkeit oder von therapeutischer Wirkung, die verschwindet fast ganz. Und das denke ich, das ist ein interessanter Befund, weil es zeigt, dass letztlich, wenn man das grosse Ganze anschaut, dass sowohl Kritiker als auch Befürworter irgendwo ihre Evidenzen verlieren. Das macht es natürlich auch nicht gerade einfacher, aber es heißt eben auch so ein bisschen, wenn du Studien finden willst, die das bestätigen, was du glaubst, sei es jetzt schädlich oder nicht schädlich, dann findest du die auch. Also es ist sehr, sehr wichtig, sich möglichst einen breiten Überblick zu verschaffen, um da wirklich der Wahrheit quasi ein bisschen näher zu kommen. Also irgendwie ist es auch eine Demonstration davon, wie der wissenschaftliche Prozess funktioniert. Und gleichzeitig gibt es natürlich auch viele Themen, die mehr erforscht werden müssen. Also zum Beispiel gerade diese Wirkung von Strahlen mit höheren Frequenzen, Millimeterwellen und so auf die Umwelt, das gibt es noch nicht so lange und daher ist auch noch nicht so viel darüber bekannt. Und dass da mehr Forschung nötig ist, das fordern auch nicht nur 5G-Kritiker wie jetzt zum Beispiel Bernhard Aufdecken von EFU und das Wallener Gremium, sondern auch Forscher wie Martin Rösli. Also es ist definitiv ein schwieriges Thema, allein schon zu verstehen, wie die Strahlung überhaupt funktioniert, das ist sehr kompliziert. Ich könnte mir aber auch gut vorstellen, dass sich viele Leute Sorgen machen, weil die Mobilfunkstrahlung ja eben nicht sichtbar ist, ausser vielleicht auf dem Balken, den man sieht, auf dem Handy. Es bleibt einfach recht abstrakt. Ja, und dieser Begriff Strahlung ist ja irgendwie auch ein bisschen mit Gefahr und negativ belegt oder allein schon wegen Atomunfällen und solchen Sachen, oder? Und ich glaube, es kommen eben zum Teil gerade bei Mobilfunk auch noch Bedenken dazu, die zwar mit mobiler Kommunikation zu tun haben, aber nicht unbedingt mit Strahlung. Hier hören wir nochmal Bernhard auf der Ecken vom Verein Ärztinnen und Ärzte für Umweltschutz. Eine Sache, die wir auch sehen, abgesehen von den gesundheitlichen Bedenken, die wir haben, sei das im Bereich von Krebs, Verstehen, Fortpflanzung, Beeinflussung, ist auch, dass sich das Verhalten im Bereich vor allem von den Jugendlichen massiv verändert hat und der Einfluss in dem Bereich gross ist. Da gibt es klare Hinweisen, dass bei stärkerer Nutzung Depressionen man hat von anderen Seiten auch Gedächtnisstörungen, kognitive Störungen, die in dem Bereich auftreten und ich glaube, als Gesellschaft müsste einstehen, auf einer Seite auch Bedenken machen, auch wenn man von Beides bedenken und als Mediziner sind wir eher auf der Seite der Vorsicht und Gesundheit. Da gibt es doch aber auch einen Interessenskonflikt. Die einen wollen superschnelles mobiles Internet, die anderen wollen wenig Mobilfunkstrahlung. Da braucht es doch einfach einen gesellschaftlichen Dialog. Ja, genau das hat Jörg Leutwald von der ETH auch gesagt und er hätte da auch einen interessanten Vorschlag. Es gibt nur Leute, die Angst haben und das Gefühl haben, dass sie von elektromagnetischer Strahlung belästigt werden. Wir müssen als Gesellschaft auch einen Weg finden, auch den Leuten eine Heimat zu geben in der Schweiz. Wenn Sie mich fragen, was ich machen würde, ich denke, die Schweiz ist genug gross. Man könnte sich als Politiker überlegen, warum man nicht ein Tal mobil kommunikation frei macht. Das wäre vielleicht auch mal ein politischer Vorstoss. Vielleicht ein Tal oder ein unbeugsames Dorf in Basel Landschaft. Dieser Vorschlag wäre wahrscheinlich auch in Florian Gatton Sinn. Die Wahlen ist die einzige Gemeinde im Laufental, die noch keine Antennen im Dorf hat. Das wäre eine grosse Chance, ein Standortvorteil, die die Gemeinde kommunizieren und sagen, wir halten daran fest, wir sind versorgt, offensichtlich funktioniert das einwandfrei. Wir brauchen keine Antennen im Dorf, weil wir hier auch Platz für Leute die elektrohypersensibel sind. Das ist leider noch nicht ganz angekommen, dass das ein Standortvorteil sein kann. Aber wir arbeiten daran. Mit diesem Gedanken entlassen wir euch heute. Das war es mit dem Durchblick. Wir danken herzlich fürs Zuhören. Die Quellen findet ihr wie immer in den Shownotes. Gerade bei dem Thema wichtig, sich möglichst viele Studien mit verschiedenen Blickwinkeln anzuschauen, um sich einen Überblick zu verschaffen. Nächste Woche haben wir auch ein sehr spannendes Thema, da geht es nämlich um Demenz. Und als kleiner Teaser, Jenny, man darf sagen, du hast dich gefühlt wie eine Demenzkranke. Du hast nämlich ein sehr spannendes Experiment gemacht. Genau, das war sehr, sehr verwirrend. Wir freuen uns wie immer über eine positive Bewertung und Tschüss für heute sagen Jenny und Serena.